Wo ist jetzt hier, was die Monster fallen lassen? Das finde ich nicht. Unten, da wo ich gerade stehe. Da steht Hinterlassenschaften von toten Monstern drauf. Ja, okay. So, das... Siehste, muss ich nämlich schon wieder runter, weil ich das... Ja, wir gewöhnen uns schon dran. Nee, eben nicht. Also ich nicht. Weil ich, äh, merke mir sowas nie. Ja, du könntest ja mal sagen, wenn du jetzt so einen Vorschlag hast, wie das... Ach, komm, halt die Schnauze da, du kleine Pissflitsche. Nee, das gefällt mir alles ganz gut, nur ich, äh, merke mir sowas einfach nicht. Okay. Du hast ja letztes Mal schon gemerkt, wo wir unser, unser altes Lager haben. Will ich auch mal hoch und runter, hoch und runter? Ach so, letztes Mal, als ich dich da erledigt hatte, das... Naja, naja. Ich glaube, du brauchst jetzt nochmal schön eins aufs Fressbrett. Ja. Wir haben heute übrigens MVP aufgenommen, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das... Da ist ja mein Spiel auch abgestürzt. Das wollte einfach nicht mehr, dass ich dich so fertig mache. Das ist dann... Ja, ja, genau. Das hat dann aus Mitleid Selbstmord begangen. Ja, das hat auch gesagt, das ist so ne... Das boykottiert das jetzt, weil das so... So lächerlich ist. Halal. Halal. Wie ich beim letzten Mal in der Aufnahme das sogar noch falsch erklärt habe, also... Naja, also mir war schon klar, was das ist, also... Halal ist ja... Korrigiert mich, aber ist ja... Umfasst ja nicht nur Nahrungsmittel, das umfasst ja, glaube ich, alles, ne? Also alle Fährboote und Gebote. Alle Grauzonen und alle, ähm... Was ist das, wenn man das ganz verboten hat? Ist das eine schwarze Zone oder eine rote Zone? Wenn man sagt Grauzone, also ist es wohl eine schwarze Zone oder was? So ein schwarze. Also ich brauch das nicht. Ich darf essen, was ich will. Ich darf Kontakt pflegen, mit wem ich will. Ich darf heiraten, wen ich will. Er darf knallen, wen er will. Das darf ich auch. Und ich finde, das ist nichts, worauf man stolz sein sollte. Ich finde, das ist ein Grundrecht. Ja, genau. Sollange man eine andere Person damit einverstanden ist. Alles kann, nichts muss, oder wie? Jo. Wo machen wir denn so Farbstoffe hin? Das ist mir jetzt... Ach, Stichwort Lapislazuli oder was? Ist das auch ein Farbstoff? Ja klar, dann machst du da blaue Farbe raus. Oh, meine Fresse. Ne, das ist ja nicht blaue Farbe. Ach, das kommt zu den Hippie-Farben hier. Oh, du. Irgendwann muss man auch mal sagen, komm. Das ist so schön, wie es so soll. Also, die Saat ist hier. Okay. I'm popular now. Okay. Äh, Waffen und Rüstung. Wie wär's denn damit? Wäre nicht verkehrt. Dann packen wir das in eine Kiste. Oh, wo kommt denn jetzt ein Sattel rein? Wo kommen Fackeln rein? Wo kommen Pfeile rein? Wo kommen Steine? Ach so, Waffen. Drüben. Drüben. Äh, hier. Okay. So. Oh. Kriegst du wieder einen Aft, ey. Wie so, oben ist Gerätschaften. Ja, aber. Ne? Ne? Genau. Jetzt, wo Chef guckt. Da macht das dann richtig. Ach, werden die auch noch Farben sortiert, oder was? Nein. Ja, das oben war jetzt so Zufall. Aber hier, dahin. Kann nicht wahr sein, ey. Der hört einfach nicht zu. Nimm mir den Schissen da raus, Mann. Wo hast du das Gold jetzt? Das ist nämlich weg. Wo hast du denn Gold? Ich hab das in meiner Nase. Sonst nirgendwo. Hatten wir jetzt nicht schon sowas für Gold hier? Ne. Ja, du arbeitest so langsam. Ganz einfach. Und hier ist alles voller fucking Monster, ey. Erde. Das ist ja schon jetzt fast vor die Kiste. Ich weiß. Wo kommen denn Fackeln hin? Mach. Ich hab noch nichts festgelegt. Ich nehme jetzt erstmal die Truhe, die vorletzte Truhe aus deiner Hütte da raus. Wo hast du denn Kohle? Auch noch nirgendwo. Das würde ich aber ganz unten hinsetzen, weil da ja der Ofen ist. Die Öfen. Ja, dann aber ein bisschen in der Nähe von der Treppe, ne? Ja, alles gut. Also, mach ruhig. Wir brauchen wirklich eine einzelne Kiste für Leitern und Treppen und Zäune? Nö, kannst du auch ändern. Ja, das ist einfach so aus der Situation raus geschehen. Dann mach ich daraus mal Zäune, Leitern und Tore. Aber Tore, das Schild, das muss bleiben. Das war meine Absicht. Sehr gut. So, die Holzsachen, die Holzwerkzeuge, die schmeiß ich jetzt weg. Ja. Nun ist es genau passiert, wovon wir vorhin gesprochen haben. Das bleibt doch auf der Kante liegen. Hm, das gefällt mir jetzt gerade nicht so. Was hältst du denn davon, wenn wir eine Kiste mit Kohle und so weiter in den Keller machen? Ja, sag ich ja. Ja, jetzt hast du mir aber meine Kisten geklaut. Jetzt habe ich nämlich keine mehr. Warte. Hier. Hinter dir. Hey, wo? Danke. Okay, dann kommen da Fackeln und einen lassen wir frei. Vielleicht fällt uns ja gleich nochmal was ein. Ja. Wir brauchen keine Kiste für Sattel. Wir haben ja noch nicht mal Pferde. Na, nee, aber... Wohin damit, ne? Ja, und das mit diesem Zaun, nee, das müssen wir uns auch nochmal anders überlegen. Also wenn wir dann den Short-Stand machen, den wir gleich übrigens machen können, weil wir super viel Dings haben. Ich verstehe es nicht, warum hier immer noch Monster spawnen. Wir haben doch alles ausgeleuchtet hier. Ja, müssen wir gleich mal Waffen und Rüstung da unten. Hm. So, Kohle da reinlegen ist auch eine Möglichkeit, ne? Kann man mal machen. Mal. Kann man das tun. Das stimmt. Okay. Dann so. Kann man Äpfel eigentlich auch braten? Weiß das gerade nicht. Bratapfel? Ja. Ist aber jetzt, wir haben ja März, ne? Ja, okay, dann geht das jetzt. Dann macht man das ja nicht mehr. Nee. Bratapfel. Das ist auch so ein Wort, ne? Bratapfel. Bratapfel, ja, ja. Wenn wir Brat, Max, der grillen, hängt die Stimmung an. Frisch geht es. Frisch geht es. Frisch geht es. Knusprig, krass. Knusprig, krass. Da will jeder gleich ran. Ob großer oder klein. Wenn sie immer gelingt, Stimmen alle mit ein. Boah, das ist aber auch noch nicht so richtig hier mit dem Ofen, ne? Unsere Bratwurst. Was ist jetzt? Muss Brat, Max, siffern. Ich glaube, dein Leben möchte ich machen. Nein, nein, nein. Also ich glaube, du möchtest nicht mehr mit tauschen. Wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Mit deinem Brat, Max, der da. Okay, wo hatten wir jetzt Gold? Nirgendswo. Noch nirgendswo. Da macht das in der Nähe voller Eisen. Ja, Gold. Wow, wow. Gold ist jetzt Eisen und Gold. Wo hatten wir Dias? Da. In deinem Gesicht. Diamanten und Erze. Was ist denn jetzt Erze? Die Ärzte? Ja, weiß ich nicht, dass das so macht. Jetzt haben wir eine mit Steine und eine mit Ärzte. Er baut das da hin und frag mich, warum das da so ist. Weiß ich doch nicht. Außer, da kann ich dir doch nicht helfen. Wo ist denn Redstone unten? Bestimmt mittlere. Mittlere ganz hinten rechts. Komplett die ganze Tafel voll. Alles cool. Super. Das gefällt mir nicht. Sattel packe ich jetzt so in so ne random Kiste rein, oder? Joa. Dann machen wir Eisen hier hin. Hast du ne Fackelkiste? Ja. Ist bei Holz. Alles klar. Gut, super. Dann machen wir Diamanten und Gold in eine Kiste. Können wir nicht vorstellen, dass wir davon so unheimlich viele Sachen haben werden. Und ganz an der Ecke ist jetzt so ne Kiste, wo so Eisenarbeit reinkommt. Das heißt so Eimer und gut. Ja, super. Okay, Fackeln da. Ja, und danach würde ich sagen, wir räumen jetzt unsere Kisten auf und dann machen wir noch Bedarf hier, ne? Genau, richtig. Ich hol mal eben meine Kisten und mach ich mal eben leer. Meine waren ja schon sortiert, von daher ist das ein bisschen... Ja. Geht das ein bisschen fixer. Ja, der Maddy, der hält einfach keine Ordnung. Schade, der ist... Ja, der ist... Ja, aber ich bin fertig jetzt. Das heißt, wir haben ein Lager für uns beide und da gibt's auch keinen Streit. Nee, ach Quatsch, da ist alles... Das ist ja in Ordnung. Na, das sagst du jetzt. Jetzt sag ich das? Das kann daher wieder anders sein. Das stimmt. So, ich hab nämlich auch noch ganz viel Erde. Moin. Ich geh mal zu dir rein und hau mal die Sachen da kaputt. Alles, mit dem Feuerzeug. Ja, ich... Ich kenn dann nix. Was du hier für Sachen hast. Mhm. Wird jetzt alles offengelegt. Das ist wie so eine Steuerprüfung. Na genau. Was hat er denn? Das ist auch so ein Graus von mir, ne? Das darf nie passieren. Ich glaube, das ist ein richtig ekliges Gefühl. Das hier... Offenzulegen, was du hast? Ja. Ja, ist unschön, ne? Aber weißt du ja, wenn man nicht ehrlich ist... Manche sind ja halt so, die, äh... Ja, stell mal vor, du hast dann irgendwas vergessen zu besteuern. Einfach nur so. Auf jeden Fall. Aber, wo sind wir... Ja gut, ich... Nee. Nee, Moment. Das kommt da rein? Ja. Ach, das kommt auf der anderen Seite. Okay, ja, alles klar. Okay. Das heißt, wir haben oben schon noch relativ viel Platz. Was aber... Alter, wo kommt er denn leer jetzt? Was aber nicht schlimm ist, weil dann können wir theoretisch immer noch irgendwann umstellen und Sachen anders bauen. Das heißt, wir können theoretisch ja nochmal die Holzabteilung, wenn wir ganz viel Holz haben, vergrößern auf die Steinabteilung und die Steine dann noch in die erste Etage packen oder sowas. Richtig, genau. Das bleibt uns ja frei. Also, da haben wir ja freie Hand. Freie Hand? Wir haben immer eine freie Hand. Okay. Wie viele kaputte Bögen wir einfach haben. Ja, das... Wie gesagt, da müssen wir auch gucken, dass wir den ganzen Kram da mal... Oh, Mann, ist das hier eine Arbeit. Okay. Aber wir sind gleich durch. Das dauert noch... Eine Lederhose haben wir hier. Ja. Hier ist ein Buch drin. Was soll... Wo sollen denn Bücher hin? Ich hab das da nicht reingeschossen. Okay, Bücher. So, das da hin. Ich habe gerade eine recht gute Idee, wie man das auch anordnen könnte, aber das ist dann von der Logistik her nicht so gut. Guck mal her. Okay. Doch, das ist gut. Unten packen wir dann Kuchen rein. Das ist gut. Das lassen wir so. Und wo machen wir die Krümel hin? Die Krümel sind ja... Das war's ja. Sonst hätte ich ja da die Saat reingemacht. Ach so. Ja, stimmt. Das stimmt. Ich bin aber trotzdem etwas dagegen, wenn meine 10 Diamanten mit deinen 6 Diamanten vermischt wären. Ich glaube, ich habe noch woanders Diamanten. Wo warst du? Nur an einer Kiste, oder? Mhm. Mhm. Ich habe nämlich noch an einer anderen Kiste auch noch Diamanten. Warte. Ich habe sogar einen Smaragd, der zählt ja wohl 10 Diamanten. Mhm. Na gut, wenn du das meinst. Ey, das ist so. Akazienholz habe ich auch. Das zählt auch ein bisschen mehr. Ofen ist random, ne? Ja. Feuerzeug würde ich mal bei Eisenarbeit reinpacken. Oh, Leute. Es tut mir leid. Wir sind schon zwei Parts hier nur hin und her laufen und machen das. Echt? Ja. Also wir nehmen jetzt schon wieder drei Stück auf. Mir wäre ganz lieb, wenn wir jetzt hier eben einen Schnitt machen würden. Sonst schlüsst du meinen Rechner wieder ab und dann ist alles weg. Alles klar, machen wir. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüü. Jo, tschüss. Tschüss.